Ritzel die Ratz, willkommen zurück bei Dead by Daylight. Ich versuche immer noch mit Nia das Achievement zu erreichen, mit ihr zu entkommen, mit ihren einzigartigen Perks. Gestaltet sich ja wie immer nicht als besonders einfach, vor allem, weil ich auch, wobei, hier ist es vielleicht gar nicht so schlecht mit ausgewogener Landung. Aber letzte Runde, Alter, habe ich ja Reha auf dem Senkel gekriegt. Jetzt spielen wir gegen Oni-Makaroni. Boah, kann man machen. Wir ballern hier jetzt erstmal den Jen durch. Hoffen, dass er nicht hierher kommt und dass er möglichst lange auf seinen ersten Hit warten muss und seinen Power-Modus nicht so schnell bekommt. Wobei ich finde, auch Wilkun ist jetzt nicht besonders gut für ein Uni. Oh Gott, die macht echt... Soll sie es machen. Okay. Wir flitzen mal. Wo ist er? Ich habe ein bisschen... Ah, da. Kommt er hier hoch? Geht da rüber. Machen wir mal hier weiter. Vielleicht schaffen die das ja tatsächlich. Ich meine, die eine, okay, ist wieder gegangen. Oh. Ungünstig? Na gut, wir können eigentlich auch an... Oh, hier ist keiner. Hier ist doch fast immer einer. Was soll das? Okay. Das ist gar nicht so schlecht, aber dann ist die eine halt auf jeden Fall gebrochen. Aber wenn sie das... Gegen Uni ist ja eigentlich auch nicht so übel. Bing. Oh mein fucking Gott. Fucking hate me. Ich weiß nicht, was das soll. Warum mache ich sowas? So. Machen wir es mal so. Hallo, hallo, hallo. Wollen magst schon du? Okay. Ich dachte, du hättest gerade den Kopf geschüttelt. Wäre ganz gut, wenn wir auf jeden Fall einen Jen hier in der Haupthalle schaffen. Nice, die hat ja gerade ein bisschen weitergearbeitet. Ist nicht verkehrt. Machen wir mal den hier. Oder den da unten. Das ist ja jetzt ungünstig. Das ist ja jetzt ungünstig. Ich hoffe, dass Mick jetzt erstmal direkt retten geht. Vielleicht schaffe ich den Jen. Mick hat gerettet. Oh. Okay. 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 Ach je. Also zu dritt ist halt schon echt normal. Nochmal was anderes, ne? Mal gucken, wo er jetzt langstürmt. Oh, fuck. Ich dachte, ich schaffe es umzuschmeißen. Oh, Mann, ey. Ich sag's, wie es ist. Es sieht nicht gut aus. Die bleibt noch da unten stehen, oder was? Nee. Die macht direkt den Jen. Oh, fuck. Achtung, er ist hier. Okay. Komm, erstmal den Jen hier weiter ballern. Ah, Autodidakt. Würde ich mal vermuten. Suck it. Jetzt setze ich das noch gegen irgendwas. Gehen wir mal hier ran. Muss er irgendwas machen? Fuck, wie schnell der ist, oder? Komm schon, heb mich auf. Dankeschön. Dann werde ich natürlich, 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 äh, sterben. Mach dich klein, verstecke dich. Leute, es wird schon wieder nichts mit meinem Adapt. Wie kann das sein? So, also ich habe jetzt irgendwie mal gesehen, dass ich nur zweimal daneben drücken muss und dann eigentlich tot bin. Mik, du musst es schaffen. So, ich hoffe, du findest die Luke. Okay. Aber ich habe die Befürchtung, dass es nichts wird. Hm. Sad, sad. Very sad. Oh, na gut. Gucken wir mal noch. Sie wird jetzt eh dann sterben. Was er für Perks hatte. Die Luke ist hier. Oh, das interessiert den nicht. Ist das gemein. Macht sie noch zu. Sausack. Sausack. Okay. Das war eigentlich meine Herausforderung. Sammle zwei Blutgerinnsel. Ups. Hab ich nicht gemacht. So. Äh. Äh. Nicht so gut. Nicht so gut. Ja, Barbecue. Naja. Wie auch immer. Was ist das hier für ein Zeug, was er noch hatte. Bewegungsgewinn nicht erhöht. War länger. Alles klar. Nun gut. Sad, sad. Aber so ist es halt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.